Aus dem Lukas-Evangelium Siehe, euer Haus wird euch selbst überlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, in der ihr ruft, gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn. Das Haus wird euch überlassen, das Haus ist verlassen. Die Kirche scheint mir verlassen zu sein und viele Kirchen sind verlassen. Das ist so. Ich möchte keine negative Prophezeiungen hier tun, auch keine Drohbotschaft mitgeben. Das ist gar nicht meine Art und das ist auch gar nicht mein Glaube. Aber ein Stück stelle ich auch fest oder merke, so wie das im Lukas-Evangelium gesagt wird, ist das auch so. Viele Kirchen sind durch die Corona-Zeit eben so, dass weniger Menschen auch zu den Gottesdiensten kommen. Manche haben gemerkt, das brauche ich nicht. Es fehlt mir vielleicht am Sonntag und unter der Woche nichts. Manche Kirchen waren abgeschlossen. Ein Bekannter hat von mir, ein Bekannter von mir dann mal gesagt, ich habe den Eindruck, ja, der Pfarrer hat alle Kirchen zugeschlossen und ist irgendwo in Urlaub hingefahren. Schade. Aber wir können mit unserem Leben, mit unserem Glauben dem entgegentreten und schon so ein Stück auch in unserem Herzen tragen. Ja, gepriesen bist du, der kommt im Namen des Herrn. Zu sagen, wir erwarten dich wieder, wir möchten dich in unserer Mitte haben. Wir möchten dich mehr in unserer Mitte haben, als das vielleicht auch im Moment der Fall ist. So merke ich das bei mir. Seien Sie gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.